Grüß Sie miteinander und herzlich Willkommen zur 173. Folge von Let's Play OMSI 2. Unibus Simulator mit mir, eurem Lyon Rieser. Wie versprochen zeige ich euch die Karte, sind wir zurück auf der Karte, Alheim Version 4. Wir fahren die Linie 143. Sie führte uns von der Trauerecke nach Siedlung Bosch. Fahrzeit dauert ungefähr zwischen 15 bis 20 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN Line City Euro 6 A21 Euro 6 ZF. Wir fahren im AVG Mobil Repaint. Wie heißt bitte Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Dorfstraße. Surfer der Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. auf der Linie 143. Sie führte uns von der Trauerecke nach Siedlung Bosch. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr Busfahrer und werde Sie sicher und vor allem selbst durch das schöne Alheim begleiten. Falls Sie Fragen und Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen, deswegen schließe ich Ihnen als Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Meine Lieben, ich hoffe euch da draußen geht es allen gut, mir geht es auch dem umsprechend gut und ich habe gerade eben in meinen YouTube Statistiken nachgesehen und das was ich gesehen habe macht mich echt sprachlos. 72,8 Prozent meiner Zuschauerinnen und Zuschauer schauen sich meine Videos an, aber haben noch kein kostenloses Abo da gelassen, also haben noch nicht abonniert. Und 27,8 Prozent, ne 27,2 Prozent, ja, die schauen sich meine Abonnenten, schauen sich meine Videos an und haben schon abonnenten und haben schon abonniert. Hallo der Herr. Also seit ich den YouTube-Kanal habe, haben 72,8 Prozent meiner Zuschauer kein Abo da gelassen und der Rest 27,2 Prozent. Schauen sich meine Videos an und haben schon abonniert, ja. Nur dass ihr die Info habt und Bescheid wisst. Hallo. 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 So. So what you want? And shells? So. 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 Ingelheimer Straße Hetzen im Enlant D Alter, ist er wohl schnell 95,6 kmh Hahaha Wasp 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Miebeler Straße Miebeler Straße Miebeler Straße Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo 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 Ciao Ciao Zwei Minuten Verfrühung Hohohoho Mach mal die Zeit vor Hallo Hallo, guten Tag Hallo Kommen wir rein Kommen Sie Kommen Sie ja nach der tour durch noch die links noch auf auf meinem disco server da noch hochladen da ist gerne auch wieder herzlich eingeladen drauf zu joinen ja der mann fehlt nicht damit drauf nicht großen tage weit so 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 meine lieben das war's für heute vielen dank für das dabei sein wenn euch diese folge gefallen hat lasst gerne kostenloses abo da schreibt auch vergesse die glocke dazu um nichts mehr hier zu verpassen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne auch ein kostenloses like da würde mich sehr darüber freuen schreibt auch gerne in die kommentare wie es euch gefallen hat und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder dann auf der linie 144 und ja das war unser bus unser mann lion city euro 6 zf also macht's gut bleibt gesund Bis zum nächsten mal錐 auf und wünsche ich euch Also macht's gut bleibt gesund und tschüss Tschüss!